Alles gut? Ja, alles im Lagen. Willst du erst mal angefangen mit dem Leben? Ja, mit vier Frauen in der Tagesschicht. Das hatten wir für 60.000 Mark damals übernommen oder die Teilhaberschaft gekauft. Und nach zwei Monaten waren es eben 27 da. Das hatte ja auch irgendwo eine Herausforderung. Hast du ein Problem? Geh weiter. Noch ein Problem. Besser ist es. So, komm weiter. Ich habe da keinen Bock drauf, hier mit den Aussteckern rumzureden. So, und das ist auch ein guter Freund von mir. Hallo, Werner. Da? Hey. Ja. Vielen Dank.